Ich glaube, da geht es weiter. Ja, dann guck mal nochmal. Okay, da ist nischt. Dim dim, dim dim, dim dim, dim dim, dim dim, Kisten. Ja, ich muss erst mal wieder zu dir kommen jetzt. Ich kann nicht, leider nicht, auf meinen eigenen Schalter schießen, ganz nur kurz. Ja, auf Spaß mir. Oh komm. Pistolen. Pistolen. Nein. Nein, ich habe so viel Munition. Ich habe es nicht nischt. Na gut. Damit habe ich 70 Schuss, ey. Warte, warte. Ja, ich kann dir übers Geländer nichts geben. Ich kann dir gar nichts geben. Ähm, ich könnte aber, weißt du was, ja, schmeiß weg. Geil. Frag nicht warum. Ich hatte drei Kugeln zu viel. Hm. Ist da oben ab vielleicht was? Auch warum kann in diesem Spiel nicht springen? Das ist doch der Beschiss. Das ist der Beschiss. Das ist der Beschiss. Der Beschiss. Ich habe so der Beschiss. Dann haben wir halt eine Marke verpasst. Das ist dann halt so. Auf der ewigen Suche nach der Marke. Ey, vielleicht müssen wir da hin. Was? Meinst du? Nur weil wir dort noch nicht waren. Wir können da lang. Ja, aber nur weil wir dort noch nicht waren. Ich weiß, dass man da lang kann. Ich wollte da aber nicht hin, weil... Nee, ist blöd. Voll blöd, ne? Ja. Ich fand's blöd. Wann ist das hier aber auch blöd? Ja, ich fand's echt... Ich fand's echt blöd, dass wir jetzt ein Tresor gefunden haben. Das finde ich aber mal richtig blöd jetzt. Nee, das gefällt mir nicht. Hätte ich eigentlich auch auslösen können. Hallo. Hallo. Oh, ein Schuss habe ich noch zu viel. So, schöne gerade Zahl. Mäh, mh... Mh, 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 mh... In dem Container ist was. So n Müll hierội Hosicht. Doch, ich weiß es noch. Hab ich mit Yule gemacht, das Level. In dem Container? Nein. In dem, wo die anderen, wo die beiden da sind. Da drüben. Da ist... Da ist auf jeden Fall eine Marke. Okay. Aber sollen wir noch mal zurück oder machen wir jetzt so einen auf? Nein. Geh nicht. Mein Ego lässt es nichts zu. Dein Ego ist scheiße. Ich weiß. Manchmal. Manchmal. Rausreden wollen. So. Dann holen wir uns das doch noch. Dann haben wir es wenigstens. Aber so, das sind eigentlich nur Collectibles, oder? Mit denen kann man nichts freischalten oder so? Doch. Outfits sind so ein Kram. Ah, ich habe mich schon gefragt. Deswegen will ich sie haben. Ach so, du willst Sheffernacht haben. Ah, sagt es doch. Die sind Jana Outfits für euch alle. Oh. So. Ja, Timo. Und jetzt? Und jetzt? Ah, es ist doch lustig. Ich gehe gleich nochmal runter. Gleich gucke ich, wo das ist. Warte! Warte, ich habe eine Idee. Du kannst nicht mal gucken, wo die ist. Nein, du kannst doch auch gucken. Ich bin nicht... Nee, ich habe keinen Steam-Browser. Nein. Nein. Ich habe keinen Steam-Browser. Ja, ich auch nicht. Der hat sich aufgelöst. Einfach so. Weil er ist nicht mehr da. Darum wirst du, glaube ich, nichts treffen. Ja, aber vielleicht sehe ich ja was. Auch wenn ich momentan noch überhaupt nichts sehe. Hier, guck mal. Da hatten wir noch so einen schönen Überblick. Und das ist so schön, schön, schöne Scheiße. Man sieht nichts. Ist so blöd, wenn man einfach mal gar nicht weiß, wo man jetzt gucken muss. Vielleicht am Kran? Nö. Äh, wieso bist du da hinten? Also, da ist eine offene Containertür. Ja, tja, das muss ja auf jeden Fall sein. Kann man die Tür nicht noch weiter aufschießen? Die wird mir nämlich rot angezeigt. Aber es bringt nichts. Hm. Oh. Und. Ich wäre doch schon längst gestorben. Es geht. Also von so einem Container ist es kein Problem, aber. Also zumindest die Beine hätte ich mir verstaucht. Mindestens, wenn nicht gebrochen. Also bitte, bitte, bitte. Von dem Container doch nicht. Äh. Okay, Tee. Dann halt nicht. Haben wir noch Granaten? Nein. Das bringt nichts. Du musst genau drauf schießen. Egal, lassen wir es. Oder du guckst auf YouTube. Nein. Ich werde jetzt nicht meinen Beam-Browser öffnen. Dann mache ich das. Ja. Tu es, tu es. Aber ich bin, ich meine, es, es kann nicht dort drin sein. Wir haben doch schon. Es ist dort drin. Ja, aber, aber wir haben doch schon aus jedem scheiß Winkel jetzt geguckt. Nachher ist in YouTube, äh, ja, Winkel war schon richtig, aber es ist nicht da. Hm. Weil ich kenne, ich, ich wüsste keinen anderen Winkel. Timo. Ich schau gerade. Timo. Wir sind Idioten. Timo. Hast du es? Ja. Komm. Geh da drauf. Da drauf. Da drauf. Ja, von oben, ne? Ja. Siehst du sie? Kannst du irgendwie wohin springen? Wenn nein, dann hau ich dich jetzt. Ich hau dich. Timo. Wo soll ich denn hinspringen? Mann. Ach halt, warte mal. Noch ne Idee. Das vielleicht. Da komm ich ja nicht rauf. Ich guck noch mal. Ah, da ist die Marke. Da ist sie. Da ist sie. Warte. Sie ist im anderen Container. Ganz hinten. Wir müssen hoch. Wir müssen da hinten hoch. Boah, Timo. Ganz da hinten. Da. Aber wie, wie. Wo jetzt? Wo ist es jetzt? Komm mit. Ich weiß nicht, ob wir den richtigen Winkel haben. Aber zumindest weiß ich jetzt. Müssen wir wirklich nicht. Hallo. Chris. Nein, nicht am. Er soll doch runter. Da musst du hier runter springen. Ja. Nein. Nein. Ey, das ist ein... Ey. Sag doch erstmal bitte, wo es ist. Nein. Ach, ich Idiot. Wir hätten ja auch gerade hier lang gelaufen. Dip, dip, dip. Ich habe sie gesehen. Das passiert nämlich, wenn man das Ding hoch und runter macht. Da kann man die voll sehen. Nein. Mann, Timo. So, in dem Container da. Ganz hinten im Eck. Von hier aus können wir es nicht treffen. Ja, dann lass mich das machen. Es geht nicht. Ganz hinten links im Eck. Das heißt, wir müssen da rüber kommen. Oder? Nein, müssen wir nicht. Hast du vielleicht noch eine Granate? Von hier wird es nichts. Wir müssen hoch. Mal kurz auf die Karte gucken. Da können wir gar nicht hin. Hä? Wieso? Wie soll das denn? Ich weiß, wie es geht. Ah. Das macht Sinn. Okay. Also, wir müssen erst mich hier. Naja, jetzt muss meiner wieder. Okay. Oh. Das war falsch. Geht das? Ich glaube nicht, dass das geht. Also, lauter Karte kann man dort nicht hinten hoch. Ich versuch's nochmal kurz von unten. Vielleicht klappt's ja. Willst du die Marken oder nicht? Äh, mir ist es eigentlich egal, ob wir die haben. Äh. Ja, ist die in der linken unteren Ecke oder? Ja, genau. Links. Links in der Ecke. Ganz hinten. Du kannst auch gucken. Tu einfach mal auf das Ding hier schießen. Und dann siehst du es. Dann siehst du die Marke. Wie sie einfach nur da liegt. Halt! Nee. Das geht nicht. Achso. Okay. Ähm. Wie wär's mit... Dem? Da muss man raufkommen. Also, die Marke liegt auch so, dass wir die von... Ach, nee. Nee, nein. Oder? Haben wir die Chance schon vertan? Nee, da waren wir noch nicht. Weil das Ding sieht aus, als müsst ihr mal von ganz weit oben runterschießen. So ist die ausgerichtet. Schieß mal da drauf auf das... Auf das grüne Ding. Dann siehst du ja. Hm. Yes. Na? Ja, ich weiß. Aber... Das sieht aus, als müsste man von ganz oben... Äh... Ich glaube, da kommt man hin, da drüben. Von unten? Ach, 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 ach. Hm, 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 hm. Schlau. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn. Heißt das jetzt, du hast es oder hast es nicht? Ja, ich hab's. Ich hab doch vorhin gesagt, du bist mit dem Kran von mir weggefahren. Wir müssen ihn wieder in die andere Position bringen. Und dann geht's vielleicht. Mal gucken. Also, vielleicht hab ich's, vielleicht hab ich's nicht. Das werden wir jetzt ja sehen. Können wir das Ding nicht mehr... Nee, oder? Wieso können wir den denn jetzt nicht mehr benutzen? Och, ey. Es kann auch sein, dass wir jetzt unsere einzige Chance schon vertan haben. Komm. Das wäre ätzend. Ähm. Doch. Doch, die haben wir vertan. Ich seh hier keine Möglichkeit, auf die Container hochzukommen. Bam. Geil. Scheiße. Geil. Geil, scheiße. Geil, scheiße. Ja, lass uns. Ja, ich glaub, das war's schon. Cool. So ne Scheiße. So geil ist das. Aber ich glaub, das wird vom Winkel nicht mal gehen. Hm. Egal. Zeit verschwendet. Die beste Zeit verschwendet. Für eine Marke wie dich. Du bist ein Miststück. Ein Stück Mist. Timo. Chris will auch. Oh. Boah!